Eine Zahnpflegeroutine mit Bleaching am Ende, die Zähne heller zu machen. Was macht die junge Dame hier? Sie putzt erstmal ihre Zähne ganz schön, spült einmal hier aus und dann benutzt die Zahnseite. Sehr, sehr, sehr vorbildlich, solltet ihr immer machen. Jeden Abend einmal Zahnseite benutzen, zweimal am Tag die Zähne putzen, was ihr kaputt macht. Dann gibt es diese Stripes zum Aufhellen, die wir nicht empfehlen, weil die kommt halt über das Zahnfleisch, über die freiliegende Zahnhälse und dann kann das extrem sensibel werden. Daher mit so einer Schiene noch zusätzlich macht sie das hier auch noch. Klar, die werden in dem kurzen Moment heller, aber lasst es lieber professioneller beim Zahnarzt bleachen. Das ist meine Empfehlung und vergiss mir nicht zu folgen.